Ich bin Aschenküppel und das ist mein Prinz. Und wir haben ein Problem. Denn alle Leiter finden ihre Schuhe nicht mehr richtig wieder und können es nicht mehr zuordnen. Von daher müsst ihr uns helfen, zu jedem Leiter den passenden Schuh wieder zurückzugeben. Jede Gruppe von euch kriegt gleich einen Schuh von mir. Und dann müsst ihr der Gruppe besprechen, wem dieser Schuh will gehört. Jede Gruppe von mir Jede Gruppe von mir Jede Gruppe von mir Jede Gruppe von mir Jede Gruppe von mir